Zerlalo, heute spielen wir wieder fort mit den Tobias. Hallo! Und lass direkt zu den Orten gehen, zu Mexiko oder wie das heißt. Äh, Mexiko, Alter. Und sie werden sterben. Ich hab immer noch die richtig coolen Runtergleitsflügel oder wer ist das Runtergleitsstrahl hier? Ach so. Ich hab Hunger. Warte mal, ihr Tops spielt zum ersten Mal Season 9, stimmt's? Ja, wir haben vorhin schon eine Runde für mich aufgenommen, aber ich bin immer noch total überfordert bei dem ganzen, äh... ganzen Dinge schon, was hier so passiert ist, ja. Leute, gehen richtig viel hin. Und ich hab jetzt heute den Arkane-Kleider gekriegt hier, den man nämlich kriegt, ähm, wenn man bei einem Event dabei war. Ich war halt dabei. Kann ich auch haben! Das ist richtig cool. Oh, Autos, du kennst sehr viele hin. Wollen wir nicht doch lieber da drüben hingehen? Oh, wir gehen da drüben hin. Nein, der ist auch einer, oder? Nee. Egal, lass noch hingehen, lass noch hingehen, lass ihn noch hingehen. Gibt's eigentlich noch die Golf-Autos? Sind die immer noch drin? Nee, ich glaub, die gibt's nicht mehr. Was? Die gibt's nicht mehr, das ist auch noch mehr, wenn du deine Lieblingsautos mit. Aber dafür gibt's doch die Kugler. Also die, die... Ja, die Kugel-Dinger sind zwar auch ganz nett, aber ich will einfach ein schönes Auto haben, weißt du? Ein schönes Auto. Es gibt auch Autos, aber nur halt nichts zu fahren. Zum Reiten. Ich meine, die kann man nur abbauen, die Autos, die es jetzt hier so gibt. Ein bisschen Franzisie kannst du auch mit denen fahren. Naja, ich hab nur... Ich hab nur gerade einen Minigun. Ah, ich hab' einen Voller. Uh, Schlürfer. Ah, Schlürfer, Jummeh. Okay, ich glaub, das ist keiner. Jummeh, die Leute absenacken, ich hab das so einfach, ich guck mal, wie ich die Leute absenacken kann. Ich hab' ne Minigun, mehr nicht. Egal, lass auch hin. Du hast ne Minigun? Es gibt ne Minigun jetzt wieder. Ja. Ander war hier oben was. Ja, wahrscheinlich. Hat er nicht kittet? Nein, der hatte so viel Lack, dass der... Der wirklich im Haar ist breiter. Lol, ja, ich seh, ich seh, lass auch hin, lass auch hin. Ich hatte Minigun. Das war so knapp. Das ist wie easy, ist wie easy. Und hier steht ein Kaktus. Hä, wieso? Oh, oh. Ich hab' einen Kaktus hier ab. Und da vorne ist noch ne Kiste. Das heißt, die haben nicht hier gelootet. Oh, Leute, von ist richtig viel Loot, war da? Ihr sollt doch irgendwo wer sein, ey, ich seh'n. Er hat ja auch mich gesehen, ne? Ich glaub' auch schon. Kannst du mir, kannst du markieren, kannst du ping, wo er ist? Hab ihn! Er ist Noct. Da ist er, Noct. Irgendwo ist noch einer, irgendwo ist einer. Irgendwo hier muss noch einer sein. Er war nur Noct, also pass auf. Ist noch ein Schlürfer? So, hier ist noch ne, pam, ne neue. So, bam. Okay, ich guck mal, was gibt's hier? Ist noch ein Mini, ist noch ein Mini, ist noch ein Mini. Ähm. Okay, jetzt erst mal hier, sortieren. Schlürfer. Oh, es kommt da, es kommt da einer. Bei mir. Es riecht low. Hab ihn. Ohoho. Ich hab ihn. Er ist ein Trihard. Oh, Alter, easy. Easy. Er ist ein Trihard. Ich hab einfach nichts gemacht. Ich hab einfach nichts gemacht. Aber haupte das easy sein. Er ist noch ne Chester Redino drin. Die sind überall noch Chester, die sind nicht geöffnet worden. Die haben sich ja für nur gebettelt. Die haben einfach nur aufgekloppt. Ich hab ne liene Dingspump. Hier ist ne Bläupump, wenn du willst. Oh, Jürgen. Kennst du die Waffe schon? Was? LoL, was ist das? Hä? Press X? Hä? Jürgen, komm mal her. What the hell? Was ist das, Jürgen? Hey! Wow. 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 Wie du auf den Köln da geschluckt hast. Ob du sagst, sagst du, press X? To pay respect. Es heißt, press F to pay respect. Nee. Nee, press X to doubt. Warte, was war das gerade? Hä? Er hat gerade irgendjemand gesehen. Gar, lass doch noch weiter hier. Unten ist noch ne A, R. A, R? A, 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 B, R. Gibt's eigentlich noch Risse? Ja, gibt's auch. Taschenrisse. Also normale Risse, nicht nur aber Taschenrisse. Aber so schade. Und genau, wenn du jetzt hier runterfällst, dann hast du so... Kennst du noch die Steine hier? Ja, die Steine. Wo die, wie heißt denn die? Die Krater, da waren die Kleinen überall. Wo die Meteoriten. Die einen so, äh, Dingen sind, äh, die so einen Geist-Modus gegeben haben. Den Effekt hast du jetzt, nee. Den Effekt hast du jetzt, wenn du hier runterfällst, dass du keinen Fallschaden nimmst. Achso, das meinst du. Also man kann, äh, man muss keine Angst mehr haben hier. Also auch Paradise. Und schau, ob da noch welche sind. Paradiese. Leute, es sind Palmen. Ah, genau, es gibt Kokosnüsse und Bananen und Chilis und sowas. Was für ein Ding? Es gibt Kokosnüsse, Bananen, Chilis und sowas, gell? Was bringen die einem? Also Chilis, du bist so urschnell. Bist du urschnell. Und, äh, bei Bananen kriegst du auch Schilden und bei Dings auch Kokosnüsse. Okay, aber bei Chilis würde ich denken, da kriegt man so, 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 da kriegt man Schaden, wenn man das nimmt. Aber warte mal, hast du geklossen? Nee. Genau, man kann Leute wiederbeleben, by the way. Mit Wiederbelebtkarte. Ah, ja, das haben die aus Apex, ne? Ja. Und hier war irgendwo Werner. Ah, okay, da vorne sind noch Risse. Ah, hier sind zwei bei mir, die sind zwei bei mir. Siehst du's? Wo, 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 wo? Markier doch einfach mal, wenn ich es mal. Ich sehe so, tsch, 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 tsch. Wir schleichen uns an. Komm her, komm. Oh, oh, komm. Mir ist danach. Ich glaube, der hat mich gesehen. Ich glaube, der hat mich gesehen. Hier, nehmt ihr euch, nein? Für mich ist auch einer. Der ist durch den Ritz abgehauen. Ist einer. Aber das, was er kann, kann ich auch. Nein, ich höre, Kroos, doofs. Bombaden. Nein, doofs, der finischt mich. Ah. So, neue Runde, neues Glück. Lass irgendwie, wo, wo gehen wir hin? Was ist das da? Warte mal, ist das jetzt das Blockding? Ist das da unten? Ja, ja. Egal, lass doch mal. Okay, wo gehen wir hin? Zum Block? Äh, da unten, ja. Oh, oh. Ich weiß, ich weiß noch nicht, was das ist. Äh, da fügen die immer noch solche Sachen von irgendwelchen Spielern. Das ist hier, glaube ich, eine Villa, oder? Leute, ist das so ein Boot, Dings? Da steht ein Boot dort. Ja, mein Boot. Was soll das sein? Ist das so eine... Ach, das soll so wahrscheinlich so Yachtgedöns sein, oder so. Sieht aus, wie das Avenged House. Äh, nee, sieht aus wie Tony Stark's House, oder? Ja, 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 mein ich hier, mein ich hier. Naja, aber mit Wasser? Ja, der hat ja doch an der Klippe eigentlich. Aber es sieht richtig cool aus. Ich weiß nicht. Okay, ich habe eine Waffe. Es sind, glaube ich, mehrere Leute. Also, pass auf. Leute, das ist so eine richtige Anlage. Leute, das ist sogar so ein Fernseher. Das ist sogar so ein Fernseher. Ich glaube nicht. Egal, gut für uns. Oh, lol, wie cool das aussieht hier. Lol. Ich glaube, hier war schon jeder, oder? Ne, war noch keiner. Ich habe auch gerade zweimal so ein Dings abbauen können. Das ist richtig cool aus. Wieso kann ich denn hier runter, hä? Hä, wo? Oh, ich kann hier nicht raus. Ja. Okay, ich habe hier jetzt schon mal sechs Minis. Oh, das ist so ein Ultraschist. Ultraschist, warte, warte, warte. Das habe ich noch nicht gesehen. Ey, das gehört nicht. Da kriegt man immer legendäre Sachen raus. Okay. Woran sieht man das? Äh, da. Oh, lol. Hier ist noch ein Normalgeschist. Machen hier noch andere Geräusche? Ne, ne, ne. Ne, der macht genau dasselbe Geräusche. Ey, ich mag dieses Haus. Die müssen so meine ganzen Maps so machen. Ja, versuch. Kannst du die nehmen? Wenn du willst. Ja, wie cool es ist hier. Warte, warte. Warte, warte. Du lässt diese Schrotflinte liegen. Das ist kein Schrotflinte, oder? Also was? Das ist es selber. Oder? Das ist ein Sniper? Ach, schnippa. Sieht aus für mich wie. Hier, komm mal her. Hier, 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 hier. Was könntest du gebrauchen? Komm mal her, hier. Ja. Ich komm schon. Da. Ah ja. Habe ich gerade drunken. Also. Du hast also. Komm mal die Steine abbauen? Ja, man kann, glaube ich, alles abbauen. Ich kann, man kann alles komplett zu Hause abbauen. Äh, verdammt, das würde ich nicht. Dann mache ich das hier. Äh, dann mache ich. Oh, okay. Dann kann ich einfach rüber. Oh, wie cool das hier aussieht. Wirklich nice aus. Ich wünschte, ich könnte auch so Sachen machen. Ich brauche mal eine. Äh. Schau mal, Tops. Ich bin Magier, schau mal. Schau mal. Ja. Warte. Schau mal. Warte. Ich bin Magier, schau mal. Ah, ja. Ich kann einfach Grundsachen. Hey, einfach so, dein Grundstück würde einfach genommen werden und einfach in der Online-Welt weggepackt werden und dann gehen wir einfach zwei Idioten dahin und reißen einfach alles komplett ab. Mit der Yacht. Man kriegt richtig, ne, man kriegt richtig wenig. Oh, so ein Munitions-Chess. Was heißt, wenn man da heimlich auf der Map irgendwie, ähm, übelst viel Chess einfügt und da schaut Epic Games dann nicht oder so. Und... Ja, die schauen da garantiert, ne, die haben wahrscheinlich so, so ein Filter davon, dass das so und so viele, äh, keine Ahnung. Vielleicht gibt's auch ein Maximum von dem Erstellen von... War das Wasserbond? Nee, kann man nicht. Ich hab grad geschossen. Das hier ist so ein Wiederbelebungsbruster, wie? Äh, boah, also wenn du stirbst, droppst du eine Karte, nachher, kann man auch hingehen. Hä, warte, hä, was ist das hier? Einlösen? Hä? Kriegsgrad, es sind gratis Automaten. Es gibt keine Automaten mehr mit, zum Kaufen. Mit bezahlen, achso, okay. Ich kann auch, warum wir das gemacht haben, aber... Ah, ich glaub, wahrscheinlich, dass wir die nicht irgendwie so... Dingensens, weißt du, dass das nicht so okay machen kannst. Hast du grad geschossen? Ja, ich hab damage gemacht. Kennst du die Waffe schon? Was ist das, Enklarung? Kann man die Dinger abschießen da? Was, nee, ist keine Ahnung. Das sind auch Werbungszeppeline, glaub ich auch so. Das sind auch... Ich brauch noch ein bisschen Mud, ein bisschen Mud, ähm, Materialien. Es gibt auch solche Windräder, wo du... Zerolien. Zerolien. Ähm, es gibt auch solche Windräder. Zerolien, Windräder mit jemandem. Ja, das... Nee, das sind die Gleiter, wo man hier durchgleiten kann. Da kann man sich hier auf seinem Web hier die ganzen Röhren. Das ist übelst weit, gleiten, nämlich. Schau. Kommst du? Okay. Oh mein Gott, ich hab's verkackt. Ja, du musst auch hier ein Gleiter bleiben. Ich hab ein Rift to go, by the way. Aber man muss einen Gleiter aufmachen, oder wie? Nee, musst du nicht. Du kannst auch hier drinnen bleiben, schau. Ah. Ist ja richtig eklig mit denen. Hallo. Oh, oh. Ich hab auch Fölz. Watt der Herr. Wieso? Warte mal. Muss hier anlaufen? Ja. Jetzt hier ran. Ah, okay. Loll. Nachher kannst du hier in den Strom. Nee, leider nicht. Wenn du rausflickst, wenn du nach oben ziehst, bist du U-Wert oben. Loll, was zur Hölle ist das mit Lootlag passiert? Ja, da, 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 das ist das, äh, das ist das Ressort, das hat sich geöffnet, jetzt ist das Tor da. Wenn wir fans. Da ist wir in so eine Dimension oder sind so ein Bunker kommen. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, wie das. Ich weiß, wie das. Ich weiß, wie das ist. Warte mal. Lass uns mal. Loll. Ich hab jetzt noch nie tiltet gesentiert. Ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie das ist. Is da Burger und sowas. Ist ein Hologramm auch. Ich brauch doch irgendwie eine Pumpe oder so. Ja, ja, na. Ding nennen sie es. Is da. Hier ist noch eine Diege, falls du die willst. Oh. Jein. Brauchst du eine Diege? Nee, ich glaub, grad nicht. Hast du Kraftstress? Nee, hier fighten welche. Keine Ahnung, wo die sind. Warte, 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 ich geh hoch mal. Keine Ping, Julian. Ping. Ping. Bong. Wo ist hier der Typ? Ist das so Werbeplakate. Aber wo war'n der? War eben da unten, glaube. Das ist ein Link der Minigun. Komm er zu mir. Also da unten. Ich dachte, wir werden weiter weg. Da unten war da ja. Ich hab einen Rift noch, das ist das Ding. Ich seh, 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 seh. Wo, wo, wo? Da, 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 da. Ich seh keiner. Das ist einer. Bei dir? Unten. Warte, ich komm mal runter. Da unten. Nein, ich hab damage strommen. Egal. Ich sehn, ich sehn, ich sehn, ich sehn. Direkt da. Das sind zwei, das sind zwei, das sind zwei, das sind zwei. Soll ich kurz gehen? Ah, die Bahn sich hoch. Oh, oh. Die schießen, hast du grad ihm geschossen. Ja, 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 ich hab geschossen. Ich hab geschossen, ich hab geschossen. Oh, oh, oh. Was war das? Der Bogen. Oh, oh. Ach, das ist der Bogen, oder? Oh, nein. 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 Ich hab' mir im Leben. Nimm einen Rift. Hau ab, hau, hau ab, hau ab. Was zählt ist die Mission? Oh mein Gott. Du hättest mich, hättest jetzt nicht mein Dings da retten können, oder? Nein. Nein. Eigentlich unterschießen, ich glaub. Egal. Ich geh auch hier schnell weg. Ich geh auf die Plattform einfach. Ich mach' unbedingt Verbände. Ich hab' nur 53, äh, 55 Leben. Lolli ist er noch. Das ist einer auf der Linse? Ich muss gleich tot sein, oder so. Oh nein. Ich geh' auch salzig. Hier vorne ist auch hier. Wir sind direkt hinter dir gehen. Wir sind direkt hinter dir. Nein, ich hab' nicht geboren. Nein, wo? Von allen Seiten, vorne, hinter dir auf dem Berg. Nein, nein, nein. Kannst in den Bunker gehen? Ist der Bunker da? Ja. Geht in den Bunker. Haha. Warte. Oh. Okay. Ist kein Bunker. Ein, was weiter. Oh, oh. Nicht daran schießen, bitte. Danke. Oh. Hier war schon definitiv einer. Ich hab' Angst, dass hier ne Falle ist immer. Falle. Jetzt denk' ich jetzt drauf. Falle, oder was? Das war jetzt wieder Folge. Lasst ein Like und ein Abo da. Hier rechts unten reingeben. Und alle 14 Tage neu eintragen. Und so, willst du noch irgendwas sagen? Kassenzettel. Kassenzettel, ja. Abo und Like da lassen. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.